Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren! Willkommen zu einer Folge, Let's Play, Smile mit eurem Hierrookie! Und ich sehe da links am Bildschirm von Mezani haltbare, fettarme Milch! Und die steht da schon seit über eine Woche und ich möchte sie nicht anfassen! Und die ist offen! Zum Glück riecht das nicht! Okay, Sprint, Eges, Eges! Ich wünsche mir Glück! Wir kriegen ja schnell! So, ich bin mal kurz... ...ordentlich hinsetzen! Decke ordentlich machen! Kopfhörer richtig rein! So! Los geht's! Ich bin mal kurz für den Krieg. Nichts! Los geht's! Fass! Einen wunderschönen guten Tag! 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 Okay! Oh ne! Okay! Was haben wir diesmal? Einen Blitz! Okay! Interessant! Klar bin ich darin gelogen! Einen wunderschönen guten Tag! 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 Be-be-be-be-be! Gut aus! Scheiße, Feutons! ... 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 Fuck. 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 I don't know what I understand. Great. Great. Fuck. Das war's für heute. Geil rausgeblinkt. Geil rausgeblinkt. Geil rausgeblinkt. Geil rausgeblinkt. Geil rausgeblinkt. kann das sein ich glaube ich habe fast gar nichts gesagt kommt mir zu mir zuvor ich habe noch 10 damage ich fühle mich noch mit 10 das ist auch cool oh 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 wir haben auf jeden fall gegeben die mit heute haben nicht sitzen können Okay, fräzieht mich auch auf ihn. Okay, fräzieht mich auch auf ihn. Okay, fräzieht mich auch auf ihn. So viele geile Situationen, wo viele Multiples drin sind. Okay, fräzieht mich auch auf ihn. 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 Du, ich dachte, er hat keinen Ult mehr. Aber lehlen wir nicht. Scheiße. Okay, fräzieht mich auch auf ihn. 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 Klar, was du immer noch holt. Wenn ich so dumme wie gerade eben, dann juckt's. Die, die, die Rechte ist in meiner Nase. Warte mal den Zeus-Tammish sehen. War zu hoch, wird nicht angezeugt. Ihr Team did something. Nice team. So eine geile Situation, ich kriege ja nichts hingeschissen. Egal, war trotzdem ja cool. Ein cool Lawash von uns. Die Triple und die Code raus zum Next. Hat ihr Capri 3 gesehen? Let's fuck all! Rekt! Rekt! Danke fürs Zuschauen! Schlüssel rein! Hey, okay! Ich hab mich eilig draußen! Warte kurz! Die Sets! Hätte ich fast vergessen! Die Zahlen sind cool! Stats wär gut! Ich kann euch noch gut was zeigen! Und zwar hier! 5x5 Core-Drike, ich mein, das ist ein bisschen viel war. 90% auch hab ich inzwischen gespielt. Ja gut! Dann kommt's zu unseren Schüttel rein, euer Yeruki. Adios! Und da ambassadors! Danke!